Willkommen zu Fischer Highlights, dem Podcast der Unternehmensgruppe Fischer. Zu einer neuen Ausgabe von Fischer Highlights begrüße ich Sie sehr herzlich. Unser heutiger Gast ist Dr. Sebastian Sohns, ein ausgewiesener Experte der arabischen Halbinsel und der Golfregion. Er ist unter anderem für die Denkfabrik Carpo tätig, die Partnerschaften im und mit dem Orient initiiert. Sehr intensiv arbeitet er mit deutschen und internationalen Regierungsbehörden, Forschungseinrichtungen, internationalen Organisationen sowie politischen Stiftungen zusammen. Der studierte Islam- und Politikwissenschaftler sowie ausgebildete Journalist veröffentlicht regelmäßig Artikel in deutschsprachigen und internationalen Medien. Zudem ist er Autor mehrerer Bücher. Wie er die aktuelle Situation in der arabischen Region einschätzt und welche Chancen er für die deutsche Wirtschaft in diesem Teil der Welt sieht, darüber spreche ich jetzt mit ihm. Mein Name ist Wolfgang Pott. Herzlich willkommen bei Fischer Highlights, Herr Dr. Sohns. Ja, vielen Dank, Herr Pott. Herr Dr. Sohns, Sie kennen die Länder der arabischen Halbinsel sehr genau. Wie fällt Ihr aktueller Blick auf diese Region aus, in der sich ja seit dem 7. Oktober mit dem Angriff der Hamas auf Israel wirklich viel verändert hat? Gerade die arabische Halbinsel und insbesondere die arabischen Golfmonarchien sind ein sehr, sehr interessanter Flecken Erde, so muss man das sagen. Oftmals sehr widersprüchlich. Wir wissen oftmals sehr, sehr wenig über diese Länder. Oftmals ist es tatsächlich auch eine sehr, ja wie soll ich sagen, eine sehr zwiespätige Diskussion, die wir über diese Länder führen. Auf der einen Seite werden Länder wie Saudi-Arabien, Katar oder die Emirate glorifiziert aufgrund der wirtschaftlichen Möglichkeiten, die man dort hat, aufgrund des Energiereichtums, Öl und Gas. Auf der anderen Seite werden sie dämonisiert, eben auch aufgrund der schwierigen und problematischen Menschenrechtslage etc. Der 7. Oktober hat tatsächlich auch diese Länder in Aufruhr gebracht. Es ist eine Region, die natürlich nie ruhig war und von Krisen geschüttelt wurde. Aber der 7. Oktober und jetzt vor allen Dingen auch die zunehmende Eskalation zwischen Israel und Iran bedroht eben auch das Geschäftsmodell der Golfstaaten in gewisser Art und Weise, die darauf setzen, mit ihrer jungen Bevölkerung tatsächlich eine gesellschaftliche und wirtschaftliche Transformation durchzuführen. Viele ausländische Investitionen ins Land locken wollen, viele große Projekte haben, gerade in Saudi-Arabien, aber natürlich auch in Katar und den Emiraten. Und da braucht man regionale Stabilität. Und je weniger regionale Stabilität herrscht, wie gerade jetzt, desto größer ist eben auch das Risiko für das eigene Geschäftsmodell. Sie sind ja sehr, sehr oft dort unten in der Region. Das, was Sie jetzt gerade so beschrieben haben, stellen Sie das auch fest tatsächlich vor Ort auf den Straßen bei den Menschen? Es gibt schon mehr Unruhe. Gleichzeitig fühlt man sich aber dennoch sicher. Man hat das Gefühl, dass man eben in Gesellschaften, in politischen Systemen lebt, die einem ja auch eine gewisse Sicherheit garantieren können. Das geht selbstverständlich einher mit sehr strikter Kontrolle und auch mit politischer Repression. Darüber brauchen wir uns keine Illusionen machen. Aber auf der anderen Seite sind Länder wie Katar, Saudi-Arabien, Oman, die Emirate in den letzten Jahren eben auch wirtschaftlich und gesellschaftlich in eine Richtung gegangen, dass es gerade den jungen Leuten schon besser geht und sie das Gefühl haben, eben an einem großen Projekt mitwirken zu können. Selbstverständlich ist ihnen bewusst, dass die regionale Lage auch diese Perspektiven eintrüben kann. Und von daher sind sie unruhig, aber sie haben keine Angst. Es ist anders als in Ländern wie Jordanien, Irak oder Libanon, wo man quasi tagtäglich eben mit Schreckensnachrichten konfrontiert ist. In Ländern wie Saudi-Arabien gibt es mittlerweile sehr, sehr gute Chancen für junge Männer und Frauen, die versuchen können, auch aus alten und, ja, ich sag jetzt mal, sehr konservativen Strukturen auszubrechen und sich tatsächlich auch beteiligen wollen an diesem Wandel, den es in diesen Gesellschaften gibt. Und da ist vor allen Dingen Saudi-Arabien ein ganz prominentes Beispiel. Da ist in den letzten Jahren einfach sehr, sehr viel passiert. Es ist tatsächlich wirklich ein anderes Land als das, was ich kennengelernt habe vor vielen, vielen Jahren. Und das ist etwas, was auch die jungen Menschen immer mir in den Gesprächen widerspiegeln, dass sie jetzt in der Lage sind, tatsächlich auch ihr Land voranzubringen und nicht eben abhängig sind von alten, verkrusteten Strukturen, von alten Eliten, die ihnen sozusagen die Möglichkeiten wegnehmen, selbst tatsächlich das Land auch gestalten zu können. Das Land hat ja eine Vision 2030 ausgerufen. Was verstehen wir genau darunter? Diese Vision ist 2016 vom Kronprinz Mohammed bin Salman vor allen Dingen ins Leben gerufen worden. Es geht darum, das Land zu modernisieren. Das wichtigste Ziel ist Saudi-Arabien, das ja nach wie vor eben die Mehrheit seiner Einnahmen aus dem Ölgeschäft generiert, unabhängiger vom Öl zu machen. Das heißt nicht, dass man auf Erdöl komplett verzichtet. Nach wie vor ist Erdöl die wichtigste Einnahmequelle für die Saudis. Aber es heißt, dass man die Erdöleinnahmen nutzt, um über staatliche Institutionen, wie zum Beispiel dem Entwicklungsfonds, dem Public Investment Fund, auch in andere Sektoren zu investieren. Und da geht es vor allen Dingen um Unterhaltung, da geht es um Tourismus, da geht es auch um Sport. Ja, sie erinnern sich, wie viel Milliarden schon nicht nur in den Fußball, auch in die Formel 1 oder in den Golf geflossen sind in Saudi-Arabien. Und damit versucht man, sich unabhängiger zu machen, die Energiewirtschaft zu diversifizieren, die Wirtschaft generell breiter aufzustellen. Das ist das eine Ziel. Und das zweite Ziel ist tatsächlich die Schaffung von Arbeitsplätzen. Saudi-Arabien wird von uns eigentlich immer als sehr reiches Land wahrgenommen. Das ist auch richtig aufgrund der Öleinnahmen. Es ist aber keine reiche Gesellschaft. Und es gibt Armut und Perspektivlosigkeit, gerade bei jungen Menschen. Noch immer, trotz vieler Erfolge, liegt die Jugendarbeitslosigkeit bei etwa 18 bis 19 Prozent. Und das ist natürlich auch ein Problem für die soziale Resilienz im Land. Und dementsprechend ist das größte Ziel der Vision 2030, Arbeitsplätze zu schaffen für die Generation MBS, so wie ich sie nenne. Das ist quasi die Abkürzung, so ein bisschen der Markenname von Mohammed bin Salman, dem Kronprinzen. Er ist selber 38, war sehr, sehr jung, als er Kronprinz wurde und macht eben Politik für seine Generation. Und das sind die unter 30-Jährigen, die ja Mit-30er, die tatsächlich das Land prägen sollen, die die Zukunft gestalten sollen. Und dafür braucht es Arbeitsplätze. Und das ist tatsächlich das wesentliche Ziel der Vision 2030. Man darf nicht vergessen, es ist kein Plan. Es ist keine festgesetzte, keine fixierte Blaupause, wie sich das Land entwickeln soll. Es ist eine Vision. Es ist eine Erzählung, ein Narrativ, das den Menschen Optimismus und Mut geben soll, dass sie sozusagen Saudi-Arabien neu entwickeln können. Und das ist auch ein Zeichen an uns, an den Westen, an den Rest der Welt, dass Saudi-Arabien ja so ein bisschen das neue Eldorado der internationalen Wirtschaft werden soll. Man will ausländische Investoren ins Land locken. Man baut viele, viele große Projekte. Neom, eine künstliche Stadt am Roten Meer etc. Man hat sich auf die Fußball-Weltmeisterschaft beworben, die höchstwahrscheinlich in zehn Jahren dann auch im Königreich stattfinden wird. Und all das soll eben tatsächlich auch Saudi-Arabien für die Welt öffnen. Und deswegen ist es nicht nur ein reines Wirtschaftsprogramm, sondern es geht auch darum, eine nationale Identität zu entwickeln. Es geht auch darum, jungen Menschen in Saudi-Arabien zu zeigen, was es bedeutet, Saudi zu sein und was man eben auch bereit ist, dafür zu leisten. Jetzt haben Sie die Vision 2030 dargestellt. Wir reden eben von dem Jahr 2030, befinden uns aber jetzt im Jahr 2024. Mit Blick auf 2030 sehen Sie Saudi-Arabien da auf einem guten Weg? Saudi-Arabien ist auf einem guten Weg. Das kann man mit Sicherheit so sagen, gerade weil diese Dynamik anhält. Der Kronprinz hat mit der Vision tatsächlich eine sehr hohe Erwartungshaltung geschürt. Er hat auch einen sehr hohen Optimismus geschürt, gerade eben bei der jungen Bevölkerung. Und davon profitiert er nach wie vor. Man darf aber nicht vergessen, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Auch Saudi-Arabien hat nicht nur unter der regionalen Situation zu leiden, sondern eben auch unter inländischen Herausforderungen. Das heißt, wenn man eine solche Vision umsetzen will, dann bedarf das enormer Anstrengungen. Und die kann man nicht nur mit Geld lösen, sondern es geht darum, tatsächlich auf der einen Seite eben wirklich diese Aushängeschilder, also diese Vorzeigeprojekte wie NEOM umzusetzen. Es geht aber vor allen Dingen auch darum, der breiten Gesellschaft tatsächlich im Alltag neue Lösungen anzubieten. Also wenn wir uns zum Beispiel anschauen, dass viele junge Menschen vom Land in die Städte ziehen müssen, weil sie auf dem Land keine Arbeit mehr finden, wie in vielen anderen Ländern der Welt auch, dann geht das einher mit steigenden Mietpreisen. Dann geht das einher mit der Anforderung an öffentlichen Nahverkehr. Dann geht das einher mit der Frage, wie komme ich von A nach B, wenn ich eigentlich in einer Stadt wie Riyadh nur noch im Stau stehe. Und das sind zum Beispiel Themen, die zu Beginn der Vision vernachlässigt wurden. Da wurde sich eben sehr stark darauf konzentriert, auf Projekte wie NEOM etc., weil die eben mehr Aufmerksamkeit mit sich bringen und weil das sozusagen auch die Aushängeschilder waren und nach wie vor sind, um internationale Investoren ins Land zu locken. Aber es ist eben ein Balanceakt. Man muss tatsächlich beide Seiten bedienen. Auf der einen Seite das, was viel Öffentlichkeit mit sich bringt und auf der anderen Seite eben auch die Themen wie zum Beispiel bezahlbaren Wohnraum, die dann vielleicht nicht so sexy und nicht so attraktiv sind für die Öffentlichkeit, die aber zwingend notwendig sind. Und der weitere Punkt, der glaube ich eine sehr, sehr große gesellschaftliche Herausforderung ist für Saudi-Arabien ist, wir reden hier über ein Land, das Jahrzehnte hinweg durch die Öleinnahmen seinen Einwohnern ein sehr, sehr angenehmes Leben garantieren konnte. Man nennt das in der Politikwissenschaft Rentenökonomie. Das heißt, aufgrund der Öleinnahmen konnten die Menschen kostenloses Gesundheits- und Bildungssystem geboten bekommen. Steuerfreiheit war garantiert etc. Diese Zeiten sind vorbei. Trotz der weiterhin guten Öleinnahmen muss man tatsächlich auch hier Abstriche machen. Das heißt, Subventionen wurden gekürzt. Mittlerweile haben wir eine 15-prozentige Mehrwertsteuer in Saudi-Arabien und die Menschen können eben nicht mehr leben wie im Paradies. Gerade die jungen Menschen nicht. Und das geht einher mit einem extremen Leistungsdruck bei vielen jungen Saudis, die gezwungen sind, sehr schnell sehr viele Erfolge zu erzielen im Beruf, die natürlich auch beitragen wollen zu diesem Aufschwung. Das wird von ihnen auch als nationale Pflicht erwartet. Aber der Druck ist enorm. Und das ist gänzlich anders im Vergleich zur Elterngeneration. Und dementsprechend ist die Vision etwas, was aus unternehmerischer Perspektive sehr, sehr viele Chancen bietet, aber gleichzeitig eben auch eine enorme gesellschaftliche Herausforderung darstellt. Und das in Einklang zu bringen, ist ein politisches Projekt und ist vor allen Dingen auch eine politische Priorität. Und das ist nicht immer ganz einfach zu managen. Sie hatten eben, das fand ich ganz spannend, auch die Chancen für die Wirtschaft angesprochen und zwar auch für die ausländische Wirtschaft. Da blicken wir natürlich besonders auf die deutsche Wirtschaft, vielleicht ja auch auf den Mittelstand, auf die Familienunternehmen, wie Fischer eines ist. Welche Chancen ergeben sich hier für die deutsche Wirtschaft, tatsächlich auch für den Mittelstand und Familienunternehmen vor Ort? Grundsätzlich ist der Blick ja nicht nur politisch, sondern auch wirtschaftlich immer stärker in die Golfregion gewandert. Je schwieriger es ist in anderen Märkten, desto wichtiger werden eben Märkte wie Saudi-Arabien, wie Katar, wie die Vereinigten Arabischen Emirate, wo Geld vorhanden ist, wo auch Interesse an deutschen Produkten vorhanden ist und wo vor allen Dingen auch die Notwendigkeit da ist, zum Beispiel im Infrastrukturbereich weiterhin das Land weiterzuentwickeln. Das sehen wir vor allen Dingen in einem Land wie Saudi-Arabien. Ein sehr großer Markt, 35 Millionen Menschen etwa, nach wie vor eben ein großes Nachholbedürfnis, ein großes Bedürfnis überhaupt, das Land zu entwickeln in allen möglichen Bereichen. Wir haben schon über die Megaprojekte gesprochen. Wir haben über die WM gesprochen. Das heißt, hier gibt es auch ganz konkrete Anlässe, wo gerade deutsche Unternehmen, Mittelständler gefragt sind. Nichtsdestotrotz muss man sich immer sehr bewusst machen, was ist schöner Schein und was ist Realität. Und ich glaube, in Saudi-Arabien erleben wir gerade so einen gewissen Hype, dass die Vision 2030 als das Nonplusultra gesehen wird, um Geld zu verdienen. Das mag in bestimmten Bereichen und für bestimmte Zeiten auch stimmen. Aber langfristig muss man schauen, was sind tatsächlich die nachhaltigen Ziele, die Saudi-Arabien auch wirklich ernsthaft verfolgt. Nicht jedes Projekt wird eins zu eins so umgesetzt werden, wie es angekündigt wurde. Nicht jedes Projekt wird überhaupt umgesetzt werden. Das wird sich dann auch an der Realität orientieren müssen. Und dementsprechend sagt man in Saudi-Arabien, wenn nur 30 oder 40 Prozent der Vision, der Ziele der Vision umgesetzt werden, ist das immer noch ein historischer Schritt. Und ich glaube, diesen Realitätsblick, den sollte man hier auch in Deutschland nicht verlieren. Und dann kommt noch ein Punkt dazu. Trotz des weiterhin sehr, sehr guten Rufs auch des deutschen Mittelstands hat der Ruf Deutschlands generell auch in einem Land wie Saudi-Arabien gelitten. Da gibt es unterschiedliche Gründe für, politische Gründe. Da gibt es aber auch Gründe dafür, dass man sagt, naja, wir arbeiten sehr eng mit Chinesen zum Beispiel zusammen. Das ist oftmals sehr viel unkomplizierter, sehr viel unbürokratischer, oftmals auch günstiger. Wir haben auf der anderen Seite eben nicht diese politischen Vorhaltungen von Ländern wie China. Das heißt, diese Vermischung zwischen wirtschaftlichen und politischen Interessen, die gibt es in einem Land wie Saudi-Arabien eigentlich immer. Und auch wenn das nicht direkt Geschäftsinteressen beeinträchtigt, sollte man zumindest aber auch als Unternehmer sich dessen bewusst sein, dass es komplexe Länder und Gesellschaften sind, in denen eben auch gesellschaftliche, kulturelle und politische Themen diskutiert werden. Und wo Deutschland in der Vergangenheit immer sehr, sehr positiv wahrgenommen wurde und sich dieser Blick tatsächlich auch in den letzten Jahren etwas eingetrübt hat. Und sich dessen bewusst zu sein, ist, glaube ich, wichtig. Nicht, weil man dann keine Geschäftschancen mehr hat, um Gottes Willen, aber weil man dann zumindest auch, wenn man mit Geschäftspartnern zusammensitzt, etwas besser vorbereitet ist, was möglicherweise für Fragen, was für Kommentare kommen können, um dann auch darauf reagieren zu können, angemessen. Auf diese politische und auch wirtschaftliche Situation und die Rahmenbedingungen sind Sie auch in Ihrem neuesten Buch eingegangen, wie ich finde, sehr, sehr lesenswert. Titel ist Die neuen Herrscher am Golf und ihr Streben nach globalem Einfluss. Wie zeigt sich aus Ihrer Sicht dieses Streben nach globalem Einfluss? Eigentlich an jeder Stelle. Die Golfstaaten sind traditionell wirtschaftlich immer schon einflussreich gewesen, eben als wichtige Erdöl- und Erdgasproduzenten. In den letzten Jahren hat sich das aber noch sehr viel stärker ausgeweitet. Über die wichtigen und einflussreichen Staatsfonds investieren vor allen Dingen eben die VAE, Katar und Saudi-Arabien in alle möglichen Märkte. In Europa, in Deutschland, in den USA, aber eben auch in Asien oder in Afrika. Man versucht, seine Partnerschaften zu diversifizieren. Man versucht auch über wirtschaftliche Investitionen Einfluss zu nehmen. Für uns sind vielleicht dann auch die Sportinvestitionen tatsächlich wirklich sehr ausschlaggebend, die einfach sehr, sehr exemplarisch zeigen, wie die Strategie der Golfstaaten ist. Und zwar, wenn man einen Fußballverein übernimmt, wie das zum Beispiel Katar mit Paris Saint-Germain gemacht hat oder die Emirate mit Manchester City oder zuletzt Saudi-Arabien mit Newcastle United, dann kauft man sich nicht nur einen Fußballverein und sportlichen Einfluss, sondern man kauft sich wirtschaftlichen und politischen Einfluss. Diese Investitionen sind nicht einfach willkürlich geschehen, sondern man geht eben sehr gezielt auch in Märkte rein, wie zum Beispiel Manchester, wie Newcastle, wo man sich in den Immobilienmarkt einkauft, wo man Newcastle als ein geografisch sehr clever, sehr strategisch günstiges, gelegene Stadt wahrnimmt, die eben auch aus logistischen Gründen eine große Rolle spielt. Das heißt, das ist nicht willkürlich, was die Golfstaaten machen, sondern es verfolgt einen strategischen Plan. Und dieser strategische Plan basiert darauf, viele Partnerschaften zu schaffen, viele Marktzugänge zu schaffen, politische Zugänge zu bekommen, um damit seine eigene politische Macht zu sichern, das eigene politische Überleben zu sichern und eben auch das eigene Geschäftsmodell und die eigene Marke zu sichern. Und das haben die Emirate und Katar natürlich mit der Weltmeisterschaft 2022 perfektioniert. Und Saudi-Arabien zieht jetzt nach und versucht eben vieles, was die Emirate und Katar im Kleinen, deutlich kleinere Länder in den letzten 10, 15 Jahren vollzogen haben, jetzt mit der Vision 2030 eben in den nächsten Jahren zu vollziehen. Und dementsprechend geht es hier tatsächlich wirklich sehr stark darum, dass wir ein neues Zentrum in der arabischen Welt erleben und auch ein Zentrum mittlerweile in der arabischen Welt haben, das weltpolitisch und vor allen Dingen auch weltwirtschaftlich extrem relevant ist und eben nicht nur wegen Öl und Gas, sondern auch wegen Handelswegen aus touristischen Gründen, aus investorischen Gründen etc. Und das ist genau das, was ich versuche in meinem Buch zu beschreiben, dass eben auf unterschiedlichen Ebenen die Golfstaaten bemüht sind, Einfluss zu nehmen, globalen Einfluss auszuüben und wir, auch wenn das oftmals eben für uns schwierige Partner sind, wir einfach nicht mehr darauf verzichten können, uns mit der Situation in den Golfstaaten zu beschäftigen und auch mit den Golfstaaten wirtschaftlich und politisch zusammenzuarbeiten. Wo würden Sie das jetzt im Moment einordnen, den globalen Einfluss? Ist der inzwischen schon längst gegeben oder sind wir da, weiß ich nicht, so im ersten Drittel etwa? Das ist tatsächlich schwer zu sagen. Es hängt sehr stark von der Branche ab und von dem Bereich ab, über den wir reden. Im wirtschaftlichen Bereich sind die Golfstaaten alle schon Global Player. Nehmen wir nur das Beispiel der Airlines. Wir haben mit Emirates und Etihad zwei führende Airlines aus den Emiraten. Wir haben mit Qatar Airways eine führende Airline aus Katar und wir haben jetzt auch den Plan in Saudi-Arabien mit Riyadh Air, eine weitere Premium Airline auf den Markt zu bringen. Und das führt dazu, dass man diese Länder kennengelernt hat, eben über Fluglinien, über dieses breite Netzwerk an Destinationen, das dadurch eben auch das Ziel verfolgt wurde. Dubai zum Beispiel als touristisches Ziel zu etablieren, dass man sehr stark auch an Sportsponsoring reingegangen ist. Wir haben das Etihad Stadium, das mittlerweile das Stadion von Manchester City ist. Wir haben Emirates, das Stadion von Arsenal. Das heißt, es sind auch Begrifflichkeiten über den Sport geworden. Und damit kann man natürlich auch Nation Branding machen und kann sich selber als eigene Marke positionieren. So ähnlich sieht das in vielen, vielen anderen Bereichen auch aus. Politisch ist der Einfluss gewachsen, selbst militärisch ist der Einfluss gewachsen. Und dementsprechend würde ich schon sagen, dass die Golfstaaten vielleicht nicht von allen mittlerweile so wahrgenommen werden, aber wir sie stärker wahrnehmen sollten als aufstrebende Mittelmächte, aber als Mittelmächte, die tatsächlich mit den Großen, mit Europa, China, Russland, den USA konkurrieren und kooperieren können und auch wollen. Und vor allen Dingen, das ist für mich sehr eindrücklich in den letzten Jahren gewesen, man sieht am Golf ein deutlich gewachsenes Selbstbewusstsein. In der Vergangenheit war es häufig so, dass man sich vielleicht auch noch ein bisschen zurückgenommen hat, weil man der Meinung war, man müsste dem amerikanischen Vorbild folgen oder man müsste ähnlich agieren wie Europa, dass der Westen auch noch ein größeres Vorbild war. Die Zeiten sind vorbei. Man sieht einfach jetzt auch eine Haltung am Golf, dass man sagt, wir lassen uns nichts mehr vorschreiben. Wir wollen uns von dem Westen nicht belehren lassen. Wir gehen unseren eigenen Weg. Wir ordnen uns nicht einem Lager zu, sondern wir versuchen, unsere nationalen Interessen zu verfolgen. Wir versuchen, den besten Deal für uns auszuhandeln. Sie sind ja sehr, sehr häufig dort unten in der Region. Das heißt also, auch wenn es jemand beurteilen kann, wie die aktuelle Situation dort unten ist, dann sind Sie einer derjenigen. Sie halten dort Vorträge, sprechen mit Politikern, aber Sie haben auch ein Gefühl für die Menschen auf der Straße. Wie schauen die denn so auf die Welt? Sie schauen auf die Welt als Chance und weniger als Risiko. Das finde ich tatsächlich sehr beeindruckend, gerade wenn man aus einem deutschen Kontext kommt, wo dann doch häufig das Glas als halb leer wahrgenommen wird und sich dann in einem Land wie Saudi-Arabien bewegt, in dem junge Menschen wirklich ihre Zukunft als Perspektive begreifen und nicht als Risiko. Das finde ich sehr beeindruckend. Das gilt natürlich nicht für jeden. Und auch ich habe nur einen begrenzten Ausblick einer sehr, sehr heterogenen Gesellschaft, gar keine Frage. Aber das zieht sich schon so ein bisschen durch, dass man sieht, Saudi-Arabien versucht sich zu verändern. Die Welt verändert sich. Und wenn man das beides übereinbringt, dann kann es einem selber, seiner Familie und dem Land an sich besser gehen. Das ist das, was die Vision 2030, glaube ich, so ein bisschen ausstrahlen soll und was sie bisher auch wirklich erreicht hat. Also Hoffnung zu geben, Optimismus zu schaffen. Ob das sich am Ende erfüllt, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Und dann kommt natürlich der deutsche Skeptiker dann gleich wieder durch, der sagt, naja, aber das kann ja auch nicht alles funktionieren und so weiter und so fort. Und dann wird mir dann häufig begegnet, ja, mag ja sein. Aber wir versuchen es. Wir probieren es. Wir gehen ein gewisses Risiko ein. Klar, es ist auch ein Risiko, das abgefedert wird durch viele, viele Milliarden, die der Staat eben reinschießt. Wir haben in Ländern wie Saudi-Arabien und auch den Emiraten keine lupenrein funktionierende Privatwirtschaft, sondern das wird sehr stark staatlich kontrolliert. Und dementsprechend ist das weiterhin auch alimentiert und subventioniert. Nichtsdestotrotz ist, glaube ich, dass der Blick auf die Welt derzeit, dass man diese multipolare Weltordnung, in der eben nicht mehr nur die USA den Ton bestimmen, sondern auch andere Akteure, dass man das eher eben auch als Chance sieht und nicht so wie bei uns als Gefahr. Und dann, und das muss ich schon auch sehr deutlich sagen, gibt es wirklich zunehmende Skepsis und teilweise auch offene Ablehnung gegen die angebliche Doppelmoral des Westens, gegen diese mangelnde Glaubwürdigkeit, die Europa oder die USA ausstrahlen, dass man in bestimmten Bereichen versucht eben moralisch zu belehren, um dann aber in anderen Bereichen, die einem vielleicht strategisch wichtiger erscheinen, anders zu handeln. Das ist etwas, das sich nach dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sehr deutlich entwickelt hat. Das kam dann nochmal zum Vorschein während und vor der Weltmeisterschaft in Katar, die ja auch sehr stark in der Kritik stand, gerade hier in Deutschland. Das hat man in der Region einfach nicht verstanden. Und nach dem 7. Oktober ist das tatsächlich nochmal auf einen neuen Höhepunkt gelangt, diese, ja diese anti-westlichen Ressentiments, so würde ich es mal fast nennen. Das ist, einiges davon ist nachvollziehbar, anderes nicht. Und natürlich ist es auch immer ein bisschen meine Aufgabe dann, ja ich will nicht sagen zu vermitteln, aber zumindest zu erklären. Und es gibt natürlich weiterhin ein großes Interesse daran, auch mit Ländern wie Deutschland zusammenzuarbeiten, aber eben nicht mehr um jeden Preis. Und hier kommt wieder dieses Selbstbewusstsein zutage. Das muss man einfach ernst nehmen. Man muss nicht alles verstehen. Man muss auch nicht alles gut finden, um Gottes Willen. Und es gibt sehr, sehr viele Probleme in diesen Gesellschaften. Es sind autoritäre Regime. Es existiert politische Repression und Unterdrückung. Aber auf der anderen Seite sind es eben sehr dynamische und sehr heterogene Gesellschaften, in denen sich viel tut. Und sie sind eben mittlerweile Teil der Welt. Und dessen sind sie sich bewusst. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Trend, der nicht mehr weggehen wird. Und der, wenn wir das schlau anstellen, auch zu einer Möglichkeit erwachsen kann und eben nicht nur zu einem Risiko. Wenn man ihnen so zuhört, dann merkt man ja auch, wie so eine gewisse persönliche Faszination da mitschwingt. Sie blicken natürlich einmal von Berufswegen auf diese Region, aber sicherlich gibt es da auch so ein persönliches Faible dafür. Wo kommt das her? Ja, das ist eigentlich eine ganz gute Frage. Also ich habe mich immer schon für Außenpolitik und für Geschichte interessiert, schon seit meiner Schulzeit. Ich wollte Journalist werden, habe eine journalistische Ausbildung hinter mich gebracht und bin dann so ein bisschen, ja, das kommentierte Vorlesungsverzeichnis durchgegangen. Was könnte ich denn studieren? Und da bin ich bei Islamwissenschaft damals hängen geblieben. Und das war auch tatsächlich die Zeit um den 11. September herum. Und das hat bei mir so eine gewisse Neugierde ausgelöst. Was ist da passiert? Und was steckt dahinter? Und dementsprechend war das so eine Kombination aus unterschiedlichen Beweggründen. Ich habe es dann angefangen. Ich fand es gleich sehr faszinierend. Habe relativ lange dann auch während meines Studiums in Syrien, damals war das noch möglich, gelebt und da Arabisch gelernt und habe dann relativ schnell gemerkt, okay, gerade eben die Golfregion ist für mich super spannend, weil es gerade in Deutschland hierzu wissenschaftlich kaum was gibt. Und dann hatte ich, ja, wie das häufig so ist, durch Zufall die Möglichkeit, nach Saudi-Arabien zu kommen. Es gab damals eine Baumesse in Riyadh, in der saudischen Hauptstadt. Und ich war Auskunftsperson der deutschen Wirtschaft und hatte also von Beginn an eigentlich eher einen wirtschaftlichen Bezug zu Saudi-Arabien. Und der ist dann ja so ein bisschen auch umgeschwenkt in ein wissenschaftliches Interesse. Und das war 2008. Und seitdem bereise ich das Land oder bereist die Region sehr, sehr regelmäßig. Ich bin regelmäßig da und ja, komme häufig mit sehr viel mehr Fragen wieder als mit Antworten, aber versuche eben offen zu bleiben und den Menschen zuzuhören. Auch wenn ich, wie gesagt, nicht alles verstehen kann und auch nicht verstehen will. Aber auch das macht ja dann interkulturellen Dialog aus, dass man dann eben auch mit Leuten, die man länger kennt, darüber sprechen kann, dass man sich nicht in allen Fragen einig sein muss. Und da führt man häufig sehr kontroverse Diskussionen, aber eigentlich immer sehr wertschätzende. Und für mich ist das für meine berufliche Arbeit natürlich absolut notwendig, auch regelmäßig dort zu sein. Aber persönlich hat mich das eben auch in vielerlei Hinsicht weitergebracht. Und ich finde es manchmal ganz gut, wenn man so aus seiner deutschen Blase rauskommt und mal quasi von der Vogelperspektive auf das schaut, wie andere zum Beispiel Deutschland sehen. Wie sehen andere Deutschland? Wie sieht die Region Deutschland? Deutlich positiver als wir selbst, glaube ich. Das ist interessant. Also man fragt sich immer im Ausland, warum wir so viel meckern und jammern. Wir seien immerhin noch die wichtigste Wirtschaftsnation Europas. Das fragen wir uns ja manchmal auch selbst. Ja, ich glaube, das ist einfach natürlich auch Teil des Lernprozesses, den wir in Deutschland durchführen müssen. Und deswegen finde ich es eben häufig bereichernd, dann einfach auch mit Leuten mal zu sprechen, die Deutschland aus einer anderen Perspektive kennen. Man muss aber auch sagen, weil eben nach wie vor auch das Image Deutschlands ein sehr positives ist, gerade in wirtschaftlicher Hinsicht, hat man auch sehr hohe Erwartungen an uns. Politische Erwartungen, die wir eben aus ganz, ganz vielen Gründen nicht erfüllen können und auch nicht erfüllen wollen. Und da gibt es dann eben auch so ein bisschen enttäuschte Liebe, würde ich sagen. Ich glaube, dass man in Ländern wie Saudi-Arabien und Katar den Emiraten sehr, sehr wohlgesonnen Deutschland gegenüber ist, gerade eben auch aufgrund dieser Made-in-Germany-Erzählung, dieser Erfolgsstory. Aber dass man sich dann auch mehr erhofft, was politische Unterstützung und was vor allen Dingen Respekt angeht. Dann sind Sie persönlich vor Ort wahrscheinlich auch vertrauensbildend unterwegs und im Grunde auch so ein bisschen als Diplomat. Kann ich das so richtig einschätzen? Nein, in erster Linie bin ich mal Wissenschaftler und dementsprechend brauche ich den Dialog, um Informationen zu bekommen. Aber es geht mir schon auch darum, kritisch hinzuschauen und auch zu differenzieren. Mir geht es in der Regel darum, eben nuanciert auf diese Gesellschaften zu blicken. Es gibt dort kein Schwarz oder Weiß wie nirgendwo. Es gibt immer Grautöne. Es sind immer Gesellschaften mit doppelten Böden, die sehr, sehr faszinierend sind und oftmals eben für uns sehr intransparent. Und das versuche ich in meiner Arbeit auszudrücken. Natürlich nicht alles, was ich schreibe oder sage, gefällt meinen Bekannten und Kollegen in Saudi-Arabien. Das ist klar und das darf auch nicht so sein. Ich bin deswegen kein Diplomat und ich trete auch nicht für deutsche außenpolitische Werte in dem Sinne ein, sondern ich versuche eben in bestimmten Projekten Menschen zusammenzubringen und ins Gespräch miteinander zu bringen zu Themen wie Klimawandel oder kulturellem Dialog oder eben auch politischen Themen. Und das kann nur dann funktionieren, wenn man versucht, eben das Gegenüber auch wirklich ernst zu nehmen und dann auch ein gewisses Gespür dafür entwickelt, was derjenige wichtig empfindet und was er braucht in gewisser Art und Weise, um sich dann auch zu öffnen. Es sind verschlossene Gesellschaften häufig und dementsprechend wird es auch mir und anderen meiner Kollegen nie gelingen, da Teil dieser Gesellschaft zu werden. Das kann auch gar nicht unser Ansatz sein, sondern wir werden immer als Außenseiter wahrgenommen. Wir sind immer Beobachter und diese Beobachtung möchte ich dafür nutzen, eben um einerseits meinen Kollegen an den Botschaften oder im Auswärtigen Amt oder sonst wo meine Beobachtung mit auf den Weg zu geben, damit sie möglicherweise dann eine konstruktivere und auch eine realitätsnähere Politik machen. Das ist ein heerer Wunsch und ich glaube, dass man das sehr, sehr selten erreichen kann. Und auf der anderen Seite möchte ich eben auch dafür werben, auf arabischer Seite tatsächlich in unseren Projekten mitzumachen und tatsächlich auch diesen Dialog weiterhin zu führen, weil das ist wirklich wichtig und ich glaube, das ist auch die Rolle, die man in mir sieht. Ja, Herr Dr. Sohns, dann danke ich Ihnen für dieses unglaublich interessante Gespräch und Ihre spannenden Einblicke in eine Region, die unser eins ja oftmals gar nicht so sehr kennt wie Sie, der Sie ja sehr, sehr häufig dort unten vor Ort sind und uns mal ein bisschen die Tür öffnen konnten und mal Einblick gewähren konnten. Nochmals vielen herzlichen Dank dafür, für dieses Gespräch und für Ihren Besuch bei Fischer Highlights. Ich danke Ihnen sehr für die Einladung. Ich danke Ihnen. Untertitelung des ZDF, 2020